Okay, wir sind bei Folge 6, das ist schön. Die Situation draußen mit den Herzlosen und niemanden ist schon schlimm genug. Noch mehr Probleme und die Stadt macht das nicht mehr lange mit. Wir können die Daten später holen. Lass uns zum I.O. Tower gehen. 1-0. An-Aus. Krass Safari-Spalte. Hmm. Wenn du Dreadlocks hast, heißt dein Speichel, genau, dein Scheitel, das ist dann die Raster-Spalte. Schöne Musik. Folge 2. Alles klar. Verbindungsapparallo, Apparello, Apparato. Blah. Oh. Cool. Ich glaube, es waren alle tot. Sieht ein bisschen buggy aus. Naja, meinetwegen. Yeah, Drogen. Yeah, Drogen. Nochmal. Andere Drogen. Okay, wo will ich jetzt hin? Will ich jetzt da hin? Oder denn das andere? Das weiß ich doch nicht. Hallöchen. Wie geht's so? Ich kann das ehrlich wieder Drive übrigens. Bam, 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 bam. Aua. Bam, bam, bam. Level 30. Trophäe möchte ich bitte. Kriege ich hier wieder die Trophäe für Level 99? Vielleicht sogar schon. Ich will doch nur das Geld da einlammeln, Mann. Arschloch. Mein Mund juckt übrigens. Ah. Nicht gut. Stirb. Ah. Ist ja nervig. So. Mag spalten. Driving. Bei Gegner mit vielen. H.O. Mit dem besten Helm in Form. Endomete machen wir. HP. Das macht mehr Sinn. So, vielleicht wird's resetet. Schade. Simulationshangar. Überall. Find's halt echt lustig, dass man auch die normalen Helden leveln kann, die halt nur in einem Kapitel mal dabei sind. Ist nett für die kranken Leute und uns, die auch diese Leute auf Level 99 leveln. Ich kenn da so einen, aber halt auch ein bisschen bescheuert. So ehrlich muss ich ja sein. War ja in Final Fantasy 7 auch alle Charaktere auf Level 99. Hab ich alle auf Level 99 gelevelt? Ne, ich glaub nicht, aber ich hab immer beim Leveln für die Materia, für die letzte Errungenschaft, hab ich viele aus Versehen auf Level 99 gebracht. Hab dann auch mal die Charaktere ausgetauscht, weil ich schön viele auf Level 99 kriege. Aber ich glaub, alle hatte ich nicht. Aber dafür gibt's ja auch keine Trophäen und dachte mir, nö. Ohne den Solarsegler kannst du nicht aufbrechen. Mhm. Solarsegler. Klingt technisch. Es leveln ja alle gleichzeitig auf 99. Na, dort hat nur noch zusätzlich alle Stats getemplermaxed. Ach, getemplermaxed. Wie ist es eigentlich so, wenn sein Name quasi komplett bedeutet? Max, maximiert, maximal. Wie ist das so? Geil. Ich heiße Löwe. Deswegen hab ich auch so ne Frisur. Draußen muss totales Chaos herrschen. Ich glaub, hier drin wird's auch ungemütlich. Speicheln. Bisschen A gedrückt oder X gedrückt, bevor hier, ne? Bevor... Ja. Ja. Mann. Ich und reden. Wee. Map. Vom IO Tower. Ich würde ja I slash O Tower sagen, aber Slash bedeutet in Kingdom Hearts ja... Ich hab hier vergessen, wie das, wie 358 ein Halb-Days heißt. 358. 2. Scheiße. Wie war das Wort nochmal? Ich hab hier vergessen. Before 2? 2-2? Nein. 4. Days over. Over. Days over 2. Over. Also heißt es quasi I und... Ja. Ja. Egal. Ich halt einfach meine Fresse. Wie wär's damit? Ich hab übrigens nicht geguckt, was ich grad hatte. Ich glaub, irgendein tolles neues Item zum Ausrüsten. Aha. Äh... Das möchte ich, glaub ich, nicht. Ich hätte vielleicht drauf achten sollen, was ich da grad bekommen hab. Ich Kackwurst. Das ist ein bescheidender Name ist. Days over 2. Weiß nicht, ob du das sagen wolltest, aber es passt trotzdem. Ich geh einfach ins Arbeitszimmer. Fuck. Spiel sagt, ich kann da. Achso, wir gehen dann ganz raus. Achso, ich dachte, wir wären dann wieder in dem komischen Hauptraum von ihm. Hm. Äh... Ja, ja, ja. Geh ich halt wieder zurück. Ah. Naja, guck mal. I.O. Tower. Ach, das ist der... Ah ja, ich verstehe. Das ist quasi der... Der Porter. Mhm, mhm, mhm. Dieses Programm ist mit Sicherheit sehr gefährlich. Um gegen es zu kämpfen, zu sollten, machen, tun, herstellen, sollten wir die Feinddaten sammeln, um seine Mobilität anzuschränken. Feindtechnik erlernen. Final Fantasy. Oh Gott, das muss ich ja im Remake dann vielleicht auch wieder machen, ne? Oh nein. Feindtechnik maximieren. Das war eine Arbeit in... Im Hauptspiel. Wobei, ging eigentlich, aber... Ich bin über ein neues Programm. Warum versuchst du, auf diese selbstständigen User zu erlernen? Gott. Ich will ihnen helfen. Was geschrieben in meinem Kode beschreibt, mich zu tun, was richtig ist. Tja, ich bin nur ein Computer, aber ich entwickle irgendwelche Gefühle, hm? Ich kann wirklich sagen, für sicher. Freunde, sie helfen uns, das ist alles. Die Story sind immer alle gleich Freunde. Ich werde ja vorsichtig. Aber gut. Ich bin auch nicht. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ja, anscheinend. Cluster. Clusterfuck. So eine Clusterfuck ist ein wunderschönes Wort. Initialisieren Yeah, bieb, 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 computer Technik, jetzt wird Jetzt wird der Gegner gehackt Weil ich werde ihn defragmentieren Guckt mal Ich defragmentiere Ich bin zu dumm zum defragmentieren Ich konnte gerade irgendwie dekomprimieren oder so Irgendwelche Wörter einfach in den Raum werfen Passt schon, denkt sich das, ne Square Enix Nomura So heißt der, Square Enix Nomura Aua Ach man, ach man Ja, 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 komm, ist okay Renn mir der Anzeige, die Cluster Anzeige ist gleich voll Ich weiß nicht, was mir das sagen soll Nehme ihn jetzt vom Netz Denn ich kann ihn hacken Und defragmentieren Aber pass auf, da sieht die nicht auszusehen Formatiere Ich liebe es in so Tech-Bubble zu reden, die eigentlich überhaupt keine Tech-Bubble ist Sondern Einfach nur so cool klingt, aber eigentlich überhaupt nicht ist Nehmen wir mal initialisieren Vielleicht werden wir dann noch installieren Ja Das hat sehr viel gebracht Ich bin begeistert Achso, warte mal Ich kann drive, ne Weisenform Jetzt Das war die falsche Ich wollte die andere Scheiße Ach, ich bin dumm Entschuldigung Warte mal, ich kann jetzt zurück, ne Aber Ich muss sie wieder aufladen Das war noch dümmer gerade Herzlichen Glückwunsch, Leonfräse Okay, dann muss ich halt initialisieren Äh Ich wollte die Heldenform Aber irgendwie war in meinem Brain gerade War in meinem Brain gerade so Ah ja Weisenform Das ist ja die, die ich nicht die ganze Zeit benutze Sondern die andere Hm War dumm Egal, passiert Auch Fräsenjunge macht mal Fehler Und Videospielen Passiert zum Glück sonst nie Der heilt sich Du Schlampe Ne, ne, ne Was sind das eigentlich für Kugeln? Sind das Drive-Kugeln hier, die ich einsammle? Oh, ich kann wieder vom Netz nehmen, Freunde Ich kann seine Firewall Knacken Cracken Ich kann jetzt eine Malware installieren Vielleicht schaffe ich es ja sogar Seine Daten Zu Tracken Und dann downzuladen Downloaden Downloaden war zu offensichtlich, oder? Ah Das kummelt ihn mal weg Yeah Vorm Netz genommen Oh Mann, ist das scheiße Ich hasse mich Ja Ja Ende Ähm Irgendwie erinnert mich die Melodie bei der Welt hier immer so an Ring of Fire Und das hängt er mich unweigerlich an Äh Underground 2 Also Tony Hawk Nicht Need for Speed Sowohl bei Need for Speed als auch bei Tony Hawk gibt es Underground und Underground 2 Das ist sehr verwirrend Und for Speed war glaube ich zuerst da Aber ehrlich muss man ja sein It's over Du wirst jetzt Deleted Tron Form Cluster Kugeln Limit Form Alles Dinge, die ich nicht getan habe, weil ich scheiße bin So Ich habe wirklich einen Mit all meinen Funktionen auf und runter Ich denke, dass ich eine Chance habe zu bekommen, um System Kontrollen entfernt von der MCP Jetzt Ich hätte besser zu arbeiten Das ist was mein User möchte Was Ansem möchte Ich habe einen Pogelbeier auf dem Arm Ich meine, er ist immer noch Ich glaube Eigentlich Er ist auch mein Mein Anfänger auch Was bedeutet das? Ansem hat das original System Und er hat es für seine eigene Use Ich war Teil des originalen Systems Und Ansem hat mich modifiziert Modifiziert Dieses Wort habe ich nie benutzt Oh Ein Anfängerfehler Aber Ansem ist auch derjenige, der die MCP zurückgebracht hat Der Ansem, den ich erst wusste, würde das nicht tun Ich bin sorry, dass ich dir nicht erzähle Das ist okay, aber jetzt, dass ich es wirklich nicht verstehe Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Aber ich denke, die User wie du, werden die, die es endlich herausfinden werden Du hast die Möglichkeit, die illogische Reisen zu nehmen und die Antworten zu kommen Jetzt geh, bevor die MCP wieder startet Ich werde wieder anfangen Ich mag ja Gronkh, ne Aber Gronkh hat echt für mich so ein bisschen Respekt verloren Als er von Half-Life 2 die Cinematic Mod gespielt hat Das ist einfach die größte Hurensohn Mod, die es gibt Er setzt Musik des Spiels durch Musik aus Batman Begins Ja Und vielleicht auch aus der Dagenheit, ich weiß es nicht Er lässt das Player Model von Alex, einer normal aussehenden Eine endlich mal normal aussehenden Frau in einem Videospiel Durch irgendein sexy, knapp angezogenes, großbrüstiges etwas Ja, und das war es so ungefähr Verdammt der Scheiße, ich hasse es So, ähm Gronkh getradet Da war wirklich Traitor Aber vielleicht sieht er halt selbst heute noch richtig gut aus Spielt mal Originalspiele So, hier habt ihr euch auch, was wir jetzt machen müssen Ich bleibe hier Ja, um sicher zu gehen, dass der MCP nicht noch mehr Ärger macht Die Userwelt sind Schwierigkeiten Ihr solltet besser schnell zurück durch dieses Terminal Alles klar, ich kann raus Tschüss, fuck you, tschüss Fucking Tron-Welt Uh, Channel, ja Außer dem Wort, was gut reinpasst Es ist ein verleckeres, channel Ich weiß, dass du wirst gefragt Es ist ein sehr wichtiges zwischen unseren Verhältnissen Es ist wie wir uns verbunden Du, meine Freunde, sind die neue Password Danke, Tron. Auf Wiedersehen. Ihr auch. Und gib mir das Besten an den User. Das ist ja das Passwort, das ist ja meine PIN, von meiner Karte, EC. Geil. Also, wo beginnen wir? Ich weiß. Lass uns das DTD accessieren. Der König ist die Situation in der Stadt. Er wird bald wieder zurück, also keine Ahnung. Hey, schau. Er hat eine Passwort gefragt. Das ist einfach. Es ist... Sora! Die Outrofezeichen gehören da auch mit zu. Boah, ich drücke Tasten, um zu hacken. Wirklich viele Tasten pro Sekunde. Du wirst nicht die Daten ausprobieren? Es war nicht genau so leicht zu bekommen. Ich komme gleich zurück. Hey, Sora. Warum solltest du die Daten abgeladen und es abgeladen? Es ist nur eine Komponente. Ganz einfach. Ciao. Wuuu. Es ist schon leid, dass ich mich so ein bisschen über lustig mache. Ich meine, eigentlich ist es gar nicht so auf möchte gern getrimmt hier, aber ich finde es irgendwie lustig, so das anzunehmen. Und als Sora Goofy. Ja, das habe ich auch gerade gedacht, so die Reihenfolge, ne? Schön zu wissen, dass Goofy sich selber einfach als letztes sieht, denn er ist als Letzte. Das wollte ich gerade noch sagen. Ich habe das doch irgendwann neulich schon mal angemerkt, ne? Aber dieses eine Video, Two Idiots Are Hacking, ich weiß nicht genau wie es heißt, von Navy CIS, wo wir versuchen einen Hack zu stoppen. Die eine drücke ich einfach wild über die Tasten. Oh nein! Der ist schon durch die Firewall. Ich kann mich nicht aufhalten. Kommt ein anderer zu. Oh, ich werde helfen. Drück noch mehr random Tasten auf der Tastatur. Vier Hände gleichzeitig, die auf eine Tastatur schreiben. Oh, wir kommen einfach nicht durch. Und dann kommt Chef, zieht einfach Stecker raus vom Bildschirm. Oh ja, so einfach war's. Oh, das ist so geil, ne? Ich liebe es. Okay, kommt wieder benutzen, da komme ich wahrscheinlich wieder zurück in die Welt, ne? Bye, John. Ich habe schon wieder krasses Hacker gefühlt, als ich mal so ne Skriptdatei geschrieben hab. So ne, so ne, ich weiß gar nicht. Einfach im, äh, Editor. So, dass ich quasi ne Exe hab. Und wenn ich da rauf drücke, dann fährt der PC runter. Da habe ich mich wie ein Hacker gefühlt. Ich weiß auch gar nicht mehr wie das geht. Irgendeinen Code musst du da halt reinschreiben. Fertig. Irgendeinen kurzen. So, ist doch nicht schwer. So, es nutzt schon den PC. Okay. Ah, ich dachte ich sollte einfach wieder zurück. Irgendwie bin ich heute viel zu sehr darauf getrimmt nach, weiß ich nicht. Ich habe gerade Lust Spaß zu haben und nicht in der Geschichte aufzupassen. Ich weiß nicht, achte mal nicht drauf, was ich tue. Wow, es tut etwas. Hä? Ich denke, es will wissen, was wir wissen wollen. Riku und Kairi. Hä? No way. Oh man, unserer... ...Databank. Databank. Datafiles. What's he doing? Ja, es kommt, Rufi, der Hacker, alter. Der hat schon richtig Hacker und Chuan, der Jungen dafür ... Also diese Fäustlänge, die sich anziehen und dann... Was ist das? Die Daten sind korrekt. Wie? Wir haben keine Zugangsberechtigung. Uh! Wo? Die Daten sind korrekt. Stupid Computer! Genau so funktioniert das bei Computern. Wenn ich gegen mein Bildschirm schlage, dann wird der auch kurz schieben. Ja, ich sehe, du hast Dinge funktioniert. Oh, deine Majestät. Gut geht's, der Computer soll uns was wissen, die wir brauchen. Aber es tut immer noch, dass die Daten drin sind alle kerskaffelt. Alles, was wir haben, ist eine Bildung eines Leute, den wir nicht wissen. Ansem, der Weise! Nahtal in der Weise Er ist positiv Er ist HIV-positiv Verdammt, Micky wird sterben Okay Du willst FF Absolut wahr Er ist aber viel weißer Also, als Ja, als, egal Auf dem Bild ist er weißer Nicht weiser, sondern weißer Da, guck, ist eigentlich Nee Mansex halt, ne Aber niemandem müssen Sagen, nur die Organisations Gleich Echt hart Echt hart Bart ENG Ansem, die Wise sollte all about Organisation 13's plans And what's been happening to the world I'm pretty sure he'll give us some help You know I came close Hmmmm. Oh. Oh! 13-2. Hmm. Kind of felt like being around the same fella. So where did you meet this guy? Gosh. I can't remember. Hmm. Ansem the wise, the real Ansem, must know the impostor's true identity. That's why I got to find him and ask him about it. You. You started all of this. Because of you, Riku and Kairi. Oh, your majesty. Do you know where Riku is? He's... I'm sorry. I can't help. Really, your majesty? Are you sure? I'm sorry, Sora. What about Kairi? Organisation 13 might have kidnapped her. Oh, no! Sora. Donald. Goofy. I was planning to go get help from Ansem the wise. But now I know I forgot the most important thing. Helping others should always come before asking others for help. We're safe and sound and free to choose. So there's no reason we shouldn't choose to help our friends. Let's look for Riku and Kairi together. Outside. It sounds like we need to start by helping out here. I'm sorry. I got to go get help from Ansem. I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. Da wurde er in der Nase herumgeführt, wa? Wobei es ja schon irgendwie Ensemble ist. Ups! Oh, okay. War richtig. Mickey, verheimlich doch was. Mickey Strater. Ich kann deinen Namen nicht ausbrechen. Danke für den Follow. Und Hi. Den Namen bekamen sie ja von Xenas. Wartless! Attack the White Husks! Sweep them away! In Rux is uns alright. Der Win. We're never gonna win! I don't know about you, but I'm outta here Sister! You pathetic coward. Pathetic coward! Hm! oh wei oh wei von den weißen werde ich wieder was sehr sehr bösartiges sagen aber ich lasse es an dieser stelle einfach mal besiege alle gegner dann besiege die weißen die weißen alten männer in der dreieck steht ruhig auch dreieck oh mein gott in form ohne limit da ja mal limit form heute noch was passiert julio coole backflips auf jeden war schon vorbei war irgendwie nicht ach so aber kala okay damit klatsche irgendwie so jetzt geht es nicht mehr dann geht das wieder ist es irgendwie ich weiß nicht so ganz wovon das abhängig ist ich bin eigentlich noch in der drei form drin jetzt ist ja alle naja aber konnte nicht mehr weil ich schon so ein ending gerade gemacht habe das aber ja immer so geld hinterlegt so hat man wieder high leveliger als ich und der gemacht sogar ein feiner hit alles klar kumpel oder meister aber das ist levin seltsa okay oh nein die dritte wieder oh folge jeder schon vorher langfänger warum sind juna und riku hier so und der die das andere ding da das stimmt ich kann immer helfen in meiner hose ja ja zum beispiel ich dachte ich habe noch kleingeld in der roten tasche echte schätze mp achso mp brauche ich pain heißt sie echt ja namensprogramm auf jeden fall max pain max pain ja max pain brr damals kannte ich die drei gar nicht ich glaube hätte ich zehn nicht gespielt hätte ich juna trotzdem mal kannte die kannte ja die vorzeit wie die aussieht aber die anderen glaube ich auch nicht also riku folge ist vorbei boah wir hören jetzt mitten in der cutscene auf ist das nicht mal spannend ich glaube schon letzte folge für heute kommt gleich ja 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 ja